über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Regler und Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast bei Herrn Diplom-Ingenieur Patrick Herz bei der Agrarmarkt Austria hier in Wien. Vielen lieben Dank, dass wir zu Ihnen kommen durften und ich möchte Sie gleich einmal fragen, was die Agrarmarkt Austria eigentlich macht, wer die Eigentümerin dieser Organisation ist und wie die Abgrenzung zur AMA Marketing ausschaut. Also danke für Ihre Interesse. Danke, dass Sie hier uns quasi eingeladen haben in Ihren Podcast. Die Agrarmarkt Austria, AMA kurz, ist eine Behörde, genau genommen eine juristische Person öffentlichen Rechts, also eine sogenannte ausgelagerte moderne Behörde unter Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums. Also wir sind eine Behörde, eine Behörde vollzieht Gesetze. Das ist der prinzipielle Auftrag. Die AMA Marketing, Agrarmarkt Austria Marketing GSMBH, ist eine GSMBH im Besitz oder der Aufsicht der AMA. Also wir sind quasi die Mutter, aber Behörde. Die andere ist eine GSMBH, welche sich um diverse medienwirksame Aufgaben kümmert. Einerseits das Gütesiegel, andererseits das Agrarmarketing. Und geregelt ist prinzipiell beides sogar die Grundzüge im AMA-Gesetz aus 1992. Die AMA wurde gegründet mit dem EU-Beitritt. Davor gab es auch Behörden mehrere sogenannte Fonds, Getreidewirtschaftsfonds, Mühlenfonds, Milchwirtschaftsfonds, Vieh- und Fleischkommission. Und diese wurden zusammengelegt dann in der AMA mit dem EU-Beitritt. Und was natürlich auch wichtig ist in der AMA, EU-Beitritt, gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union wird von uns abgewickelt. Diverse Förderungen, diverse Umweltauflagen etc. Als auch Aufgaben, die wir schon damals zu Zeiten des Fonds machen. Marktordnung, Marktüberwachung, eventuell Eingriffe, auch gegen sinkende Preise. Und natürlich auch jetzt das Gegenteil, Überwachung hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Jetzt haben wir schon eine super Überleitung in unserem Thema. Ich habe an Sie persönlich eine Frage für den kommenden Winter. Wenn ich gestern in den Medien gelesen habe, in einem Boulevardblatt, wohlgemerkt, aber trotzdem von einer politischen Proponentin, hetzen oder essen? Wofür werden Sie sich nächsten Winter entscheiden? Ich entscheide mich für beides prinzipiell. Ich entscheide mich für beides. Wir sind in Österreich Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir mit Lebensmitteln sehr gut versorgt sind. Es ist absolut richtig, die Ukraine-Krise, also der Krieg in der Ukraine, belastet den Weltmarkt. Der Weltmarkt ist nervös. Wir sind in einer Zeit, dass wir schon vorher, nämlich durch Corona, durch gewisse Warnströme, die durch Corona durcheinander geraten sind, schon vorher in einer nervöseren Weltmarktlage waren. Aber Österreich und Österreich eingebettet im EU-Binnenmarkt ist sehr sicher bei allen wichtigen Grundnahrungsmitteln. Es ist nur so, und das würde ich gern besser verstehen, dass steigende Preise meist durch Verknappung bedingt sind. Also wenn Preise steigen, muss ich der Annahme sein, dass es zu Verknappungen kommt. Und daher gibt es wahrscheinlich auch in der Politik und in der Bevölkerung eine gewisse Nervosität, weil diese Indikatoren da sind. Völlig richtig. Wie gesagt, am Weltmarkt sind die Lieferungen aus der Ukraine kurzfristig ausgefallen oder es hat zumindest den Anschein gehabt, dass sie zumindest nicht über das Schwarze Meer in gewohnter Weise effizient mit Hochseeschiffen mit 50.000 Tonnen je Hochseeschiffkapazität auf den Weltmarkt, das ist vor allem auch in den Nahen Osten, Nordafrika gelangt sind. Es geht auch vor allem um Getreide, auch um Sonnenblumenöl und Ölsaten. Das hat natürlich dann am Weltmarkt zu einem Preisanstieg geführt. Und unsere Preise, insbesondere für Getreide, leiten sich dann wieder von den Weltmarktpreisen ab. Das heißt, wir zahlen mehr, obwohl wir Verfügbarkeiten hätten in Österreich, wenn man es simplifiziert. Könnte man so sagen. Natürlich, warum steigt dann eigentlich unser Preis? Weil natürlich auch europäische Exporteure theoretisch oder praktisch mehr exportieren. Aber wir sind, und das vielleicht gleich einmal vorweg, in der EU ernten wir 130 Millionen Tonnen Weizen, das Hauptnahrungsmittel. Wir verbrauchen 96 Millionen Tonnen Tonnen. Also wir sind in der EU safe. Das heißt, es gibt genug quasi für den Eigenbedarf, wiederum sehr vereinfacht und es bleibt noch genug, um zu exportieren in die Gegenden, die jetzt vielleicht durch Lieferverzögerungen oder Lieferausfälle betroffen sind. Genau so ist es, ja. Sie haben gesagt vorhin, sehr, sehr interessant, für mich interessant danach zu fragen, Marktordnung, Intervention bei Preisen. Können Sie uns das ein bisschen konkreter, sehr abstrakt beschreiben? Vielleicht gleich anhand der aktuellen Situation. Was können Sie tun? Was tun Sie? Was verstehe ich unter Marktordnung? Und ist es tatsächlich so, dass es hier eine Behörde gibt, die sagt, ich schraube an den Preisen, wenn sie zu hoch oder zu niedrig werden? Wie stelle ich mir das vor? Zu niedrig in der Regel. Also wir haben da in der gemeinsamen Agrarpolitik festgelegt, gewisse Produkte zu überwachen, preislich. Diese werden wöchentlich an die EU-Kommission gemeldet. Und wenn ein gewisser Referenzpreis unterschritten wird, wird natürlich auf politischer Ebene diskutiert, soll man eingreifen. Das ist dann zum Beispiel geschehen im Jahr 20, also nicht mehr ganz aktuell. Schließung Gastronomie, Hotellerie, die Preise für Milchprodukte, die Preise für Rindfleisch sind deutlich gesunken. Schweinefleisch ist eher über den LEHA, den Lebensmitteleinzelhandel, abgesetzt worden. Das hat sich gehalten, preislich. Aber das Rindfleisch ist deutlich gesunken, weil das eher über die Gastronomie geht, EU-weit. Und dann hat die Kommission ausgerufen, die EU-Kommission, genau, wir eröffnen die private Lagerhaltung. Das bedeutet, Firmen können sich dafür bewerben. Sie müssen nicht, in der Regel Schlachthöfe oder Molkereien, um eine gewisse Menge an Butter, Käse oder Rindfleisch für ein Monat oder zwei Monate zu lagern. Dafür bekommen sie Geld im Rahmen der GAP, das zahlen wir aus, das überprüfen wir. Gemeinsame Agrarpolitik. Gemeinsame Agrarpolitik, genau. Und dieser Lagerzeitraum muss dann aber auch eingehalten werden. Also man kann dann nicht, weil die Preise so stark steigen, weit über dieses Lagergeld, nicht einfach wieder auslagern. Das würde dann zu Strafen führen, also das überprüfen wir, dass das wirklich eine Zeit lang vom Markt genommen wird, um den Markt zu entlasten. Und das hat auch funktioniert. Der Markt hat sich auch durch Öffnungsschritte, aber auch durch diese kurzfristige Wegnahme von Überschüssen stabilisiert. Und jetzt sind wir natürlich in der Lage, dass die Preise nach oben gehen. Dazu gibt es von der EU in der Regel, bisher gab es da keine Instrumente. Das heißt, was kann man dann machen, beziehungsweise was kann man als Österreich machen? Ich vermute, in der EU-Logik kann ein Staat ohnehin nicht für sich in dem Ausmaß in Entwicklungen eingreifen, oder? Also Preise gestalten oder Lagerhaltung wird man als Einzelstaat nicht dürfen, oder? Nein, kann man nicht, nein. Das ist abgestimmt im EU-Wirtschaftsraum, so ist es richtig. Was kann man als Österreich machen? Wir haben als Österreich oder auch wieder als EU-Agrarpolitik für heuer Bracheflächen freigegeben für die Bewirtschaftung. Wir haben auch österreichweit mehr Mahlgetreide als im Vorjahr. Alle Mahlgetreidearten wurden ausgedehnt, vor allem mehr Weichweizen für Brot, für Weißmehl, mehr Hartweizen, auch Durum genannt für Taiquan, auch seit Corona ein sehr gefragtes Produkt. Roggen ist etwas ausgedehnt worden, Dinkel, das Urgetreide. Also wir sind schon besser versorgt, jetzt läuft auch die Ernte im Moment eigentlich ganz gut. Also wir haben da schon einen gewissen Erntefortschritt im Friedruschgebiet, schon deutlich über der Hälfte. Erträge sind auf jeden Fall durchschnittlich, Qualitäten sehr gut. Also in dieser Hinsicht haben wir eine Maßnahme getätigt, andernfalls bekennt sich natürlich die EU und Österreich zur freien Marktwirtschaft. Aber es gab offensichtlich schon nationale Lenkungsmaßnahmen, um das nationale Angebot auszudehnen. Genau. Es war sogar EU-weit, ja. Freigabebrache für euch. Also das muss abgekehrt werden mit der EU, ob das überhaupt erlaubt ist, etc. Und es wird ja wahrscheinlich automatisch eine Ungleichgewichtung erzeugen. Also widerspricht ja dem Gemeinschaftsgedanken der EU, wenn man sagt, man lässt die Nationalstaaten machen, wie sie glauben. Und man sieht ja, dass da die Loyalität mit den anderen nicht immer groß ist. Aber da gibt es ja auch in Österreich momentan zwei Denkrichtungen zu diesem Thema. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Getreide. Soll in den Markt eingegriffen werden oder reguliert sich der Markt selber? Ich habe eine Frage dazu, jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf die aktuelle Entwicklung, aber etwas, was man immer wieder liest und hört, Forderungen in Bezug auf das arme Gütesiegel, wenn das sozusagen auf einem Lebensmittel drauf ist und es gibt Preisrabattschlachten, etc. liest man immer wieder. Allerdings sind die armen Marketing gerichtete Forderungen, in meiner Wahrnehmung, man sollte doch eingreifen und man kann das nicht zulassen. In meinem leihenhaften Verständnis kann man da nicht sagen, du darfst oder musst diesen Mindestpreis dafür verlangen, weil es ein Gütesiegelfleisch ist. Jetzt sagen Sie aber, die Behörde kann in Preise eingreifen, aber nicht in Konsumentenpreise, oder? Prinzipiell in Preise greifen wir ja nicht ein. Private Lagerhaltung oder öffentliche Lagerhaltung ist ein Instrument, um Mengen vom Markt zu nehmen, damit die Preise wieder steigen. Also man steuert davor, damit Preise sich entwickeln. Den Preispunkt selbst können Sie ja nicht in die Maßnahme. Nein, das konnten wir vor EU-Beitritt richtig, da sind Preise festgesetzt worden vor 1995 von unseren Vorgängerbehörden, aber jetzt nicht. Das geht nicht mehr. Das heißt, diese Forderung zu sagen, pass auf, wenn euer Produkt quasi verkauft wird, dann müsst ihr auch einen Preis vorgeben, dürfte man rechtlich gar nicht machen. Ich würde es als EU-rechtswidrig sehen. Vielleicht mit gewissen Ausnahmeregelungen ist das möglich, aber das ist jetzt nicht wirklich mein Thema. Nein, verstehe ich. Das ist mir nur jetzt gerade, wenn wir über das Thema Regulierung oder welche Möglichkeiten der Steuerung hatten. Das finde ich ganz interessant. Wir versuchen ja immer sozusagen auch bei den großen Fragen Antworten zu finden. Kommen momentan an Sie viele Hilferufe oder Anfragen, was kann die AMA machen jetzt im Sinn auf Lebensmittelversorgung, Sicherheit? Wer schlagt da alle bei Ihnen auf? Beziehungsweise ist Ihre Rolle in der Zeit jetzt eine andere geworden? Ist seit Corona auf jeden Fall wichtiger geworden. Wir haben uns da mit den Gremien SKKM, staatliches Krisenkatastrophenmanagement, vernetzt, beziehungsweise kommen von dort immer Anfragen an Landwirtschaftsministerium und dann auch indirekt oder direkt an die AMA, wie unsere Versorgungslage ist. Gott sei Dank haben wir im Großen und Ganzen das ohne staatliche Lenkung oder wir haben es ohne staatliche Lenkung seit damals bis jetzt geschafft, Österreich und die EU zu versorgen. Ein Punkt vielleicht noch vorher zur Frage, was von staatlicher Seite noch passiert ist, außer die Freigabebrachflächen. Da sind auch die grünen Exportkorridore von Ukraine Richtung Europa zu erwähnen. Das ist genau was. Das ist genau was. Das war in der Presse. Ja, stimmt, aber ich glaube, wir sollten es nochmal erklären. Ja, genau. Also bisher hat ja die Ukraine großteils über das Schwarze Meer Getreide exportiert und auch Öl in erster Linie, Sonnenblumenöl. Jetzt ist ja das Schwarze Meer blockiert, bis dato immer noch. Und somit haben wir über den Landweg, Binnenschifffahrt über die Donau, auch Lkw für die Kurzstrecke bis Polen-Ungarn und natürlich Güterverkehr aus der Ukraine die Mengen hergebracht. Direkter Güterverkehr, also mit der Bahn geht nicht. Da muss es einen Umschlag im Nachbarland geben aufgrund der Bahngleisbreiten. Da sind jetzt auch größere Mengen nach Österreich gekommen aus der Ukraine, auch in andere EU-Länder. Also das hat natürlich zu einer gewissen Entspannung der Versorgungslage und auch der Preissteigerung geführt oder auch zu einem gewissen Preisdruck Getreide gemacht. Eine junge Frage, wozu brauchen wir das überhaupt, wenn wir eh genug haben? Das ist eine berechtigte Frage, aber die Ukraine musste ihre Lager leeren, weil die ja auch wieder ernten. Also die Lager sind ja voll. Das heißt, wir haben Überschussgetreide aufgenommen, um die Preise zu senken oder mehr Brot zu packen? Weil die Ukraine die Lager leeren muss, damit sie wieder die neue Ernte einbringen kann. Schauen wir mal, warum. Wären diese Mengen, egal ob es über den Wasserweg geht oder den Landweg in diesem Fall, wenn man global denkt, hätten ja genau diese Mengen eigentlich exportiert, weiter exportiert werden müssen unter speziellen EU-Maßnahmen, zum Beispiel nach Afrika oder ähnliche Länder. Vielleicht werden sie. Das ist ein guter Punkt. Also diese werden wahrscheinlich im Bienenmarkt vorwiegend verbraucht und dafür andere Mengen direkt neben den Häfen noch stärker exportiert. Also unterm Strich wird das dann von der EU stärker exportiert, ja. Eigenes? Noch Afrika. Oder dieses? Beides. Unterm Strich wird auf jeden Fall mehr exportiert, auch in der kommenden Saison. Und die Mengen aus der Ukraine tragen auf jeden Fall dazu bei. Das heißt, simpel gesagt, merkt man jetzt von den tatsächlichen Mengen noch wenig Unterschied im Vergleich zu vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Wie ist Ihre Einschätzung, wie weit man dann in die Zukunft schauen kann, wie wird sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln? Jetzt ist jetzt die Erntezeit bei den Getreidearten und sozusagen das ist ja eine einmalige Geschichte im Jahr. Das heißt, da werden wir erst nächstes Jahr im Sommer wieder wissen, wie geht es weiter. Aber gibt es sonst, schauen Sie in die Zukunft in den Herbst, was bedeutet die Situation, die geopolitische Situation für Lebensmittelversorgung, vielleicht in anderen Kategorien, Lebensmittel? Also die Zukunft, vielleicht auch wieder ein tagespolitisches Thema. Es sieht so aus, dass die Exporte über das Schwarze Meer jetzt funktionieren könnten. Das könnte natürlich die Märkte drehen, wenn auf einmal wieder die Mengen aus der Ukraine verfügbar sind. Was ist sonst noch für die Zukunft wichtig? Wir haben im Moment aus der USA deutlich bessere Ernteergebnisse als ursprünglich erwartet. Noch weiter in der Zukunft wird auf der Südhalbkugel Australien, Südamerika, auch Jänner, Februar die Getreideernte kommen. Hier sind die Prognosen unterschiedlich, aber auch wenn hier eine bessere Ernte kommt, kann auch das wieder zu einer Entspannung führen. Im Bereich Ölsaaten ist Südamerika bedeutsam. Hier erwartet man auf jeden Fall eine durchschnittliche Ernte. Andere Zukunftsthemen, ja, wichtig ist natürlich… Das spielt eine zentrale Rolle. Offensichtlich ist es extrem relevant, aber es gibt ja auch Preissteigerungen bei anderen Produkten. Nehmen wir zum Beispiel Schweinefleisch oder Rindfleisch. Das ist ja nicht abhängig von der Ukraine, oder ist es das? Ist indirekt über Getreide als Futtermittel natürlich beim Schweinefleisch bedeutsam. Bei der Milch, ja, gibt es auch, gibt es ja moderate Preissteigerungen im Vergleich zum Getreide. Weil? Weil? Ich habe gedacht, es gibt einen Milchsee und es gibt Milch zum Exzisee gibt es schon länger nicht mehr. Es ist so, wir sind in Österreich ja als Bergland mit sehr viel Milch versorgt, 107 Prozent, also 7 Prozent mehr, als wir benötigen würden. Aber in den einzelnen Produkten sind wir auch wieder exportorientiert hinsichtlich Käse, auch Trinkmilch. Daher ist die Produktion von Butter etwas weniger als der Eigenbedarf. Und da gibt es dann in so einer Lage wie jetzt, wo sich jeder Sorgen macht oder die Lage angespannter ist, dann als erster Preissteigerungen. Exportieren wir primär innerhalb der EU? Ja, wir exportieren vor allem in andere EU-Länder. Die Butter bekommen wir aus Deutschland. Also wir haben 80 Prozent, 70, 80 Prozent Selbstversorgung Butter. Gesamtmilchprodukte, wie gesagt, 107 Prozent. Und diese 30, 20, 30 Prozent Butter, die uns fehlen, bekommen wir vorwiegend aus Deutschland. Das ist interessant, dass wir nicht genug, wir haben genug Milch, aber nicht genug Butter. Gut, für die Verarbeiter vielleicht nicht interessant sein, ausreichend zu erzeugen. Es ist der Käse interessanter, ja. Ich habe eine ketzerische Frage. Jetzt kämpft die Landwirtschaft seit Jahrzehnten mit sinkenden Erzeugerpreisen, nicht Konsumentenpreisen. Und jetzt dreht sich eine Spirale nach oben aus unterschiedlichsten Gründen seit Jahren. Muss man sich das als Landwirt wünschen oder bleibt da überhaupt was übrig von diesen Steigerungen beim Landwirt? Oder ist es für den oder die Bäuerin noch komplizierter und kostenintensiver jetzt Lebensmittel zu erzeugen? Also Punkt zwei und drei ist eigentlich schon mehr oder weniger die Antwort. Wenn ich da ganz konkret auf Düngemittel eingehen darf, also wir haben jetzt im übersteigenden Getreidepreise gesprochen, teilweise 100 Prozent mehr, wobei der Landwirt hat in der letzten Ernte verkauft. Von der letzten Ernte zur damaligen Ernte war die Steigerung nicht so groß. Die Steigerung passiert jetzt am Spotmarkt. Die meisten haben aber schon alles verkauft. Aber der Dünger ist, da möchte ich gleich zu einer kurzen Übersicht gehen, der Dünger ist schon vor dem Ukraine-Krieg fast verdreifacht gewesen. Wir haben da einen, Kalkamon-Salpeter ist die häufigste Düngemittelart, eine stickstoffhältige Mineraldüngemittelart. Darf ich kurz eine Verständnisfrage stellen? Düngemittel für konventionelle Bauern. Die Biobauern nehmen das nicht zum Düngen. Die Biobauern nehmen das nicht, genau. Aus Bio wollte ich nämlich auch noch kommen. Das muss man später noch beleuchten, weil da gibt es ja Unterschiede zwischen den beiden Kategorien jetzt. Ja genau. Also mineralischer Stickstoffdünger wird nur konventionell verwendet. Da haben wir vor mehr als einem Jahr im März 2021 einen Preis von knapp 200 Euro pro Tonne gehabt. Dann im Laufe des Jahres 2021, also das hat noch nichts mit dem Russlandkrieg zu tun, gab es enorme Steigerungen beim Gaspreis, weil der Winter 2021 sehr lang und kalt war, also mehr Gasverbrauch in der Heizung. Dann ist auch die Wirtschaft langsam wieder angesprungen nach Corona, insbesondere im fernen Osten, China. Also wir haben da steigende Gaspreise gehabt. Das hängt mehr oder weniger direkt mit dem Kalkamon-Salpeter zusammen. Irgendwie hat man das Gefühl, es hängt alles am Gaspreis, oder? Ja, der war sehr speziell. In dem Fall gibt es wirklich keine Substitution. Also mit Erdwellbrenner bei der Herstellung chemisch, Haber-Bosch-Verfahren ist auch sehr energieinitiv. Und daher hat er sich schon vor dem Krieg, also bis Jena 2022, um 230 Prozent erhöht. Das heißt mehr als verdreifacht. Plus 200 Prozent ist eine Verdreifachung. Jetzt vom Krieg bis jetzt haben wir noch einmal einen Anstieg um knapp 10 Prozent. Also insgesamt sind wir bei plus 260 Prozent. Und dann möchte ich noch auf ein anderes Düngemittel eingehen, bitte. Die sind langsamer mitgestiegen im Jahr 2021, 2022. Es gibt nämlich einen Stickstoff nach Phosphor und Kalium. Aber seit dem Krieg massiv verteuert. Da nämlich Ukraine und Russland und auch Weißrussland hier bedeutende Vorkommen haben, auch bedeutende Herstellerfirmen für Phosphor-Kalium-Düngemittel. Da hat es seit dem Krieg bei Kalium einen Anstieg um 40 Prozent gegeben. Zum Vorjahr sind wir da auch bei plus 140 Prozent. Also eine fast Verdreifachung. Phosphor seit dem Krieg um 60 Prozent teurer. Seit einem Jahr, also 21 plus Krieg, auch fast verdreifacht. Was wird noch teurer? Die Düngemittel werden teurer? Düngemittel, Futtermittel dann. Bei der tierischen Produktion, Getreide. Der Treibstoff wird teurer. Arbeitskräfte werden teurer oder sind gar nicht mehr vorhanden, also für Erntehelfer. Das heißt, unterm Strich geht die Schere noch weiter auseinander für den Landwirt, oder? Kann man so sagen. Also er auf jeden Fall profitiert nicht von der aktuellen Situation. Nein, er profitiert nicht. Das ist so. Also wir haben Preissteigerungen fürs Produkt und dann für die Inputs. Es bleibt gleich oder er profitiert auf jeden Fall nicht. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt von konventionell auf Bio umzusteigen? Es ist eine sehr gute Frage. Also es war in der Vergangenheit, gab es sehr gute Zeitpunkte dafür. Im Jahr 2018 und 2019 sind sehr viele umgestiegen. Da haben wir nämlich einerseits damals einen sehr hohen Preisunterschied zwischen konventionell und Bio, circa ein Drittel beim Getreide. Andererseits auch trockene Jahre mit geringen Ertragsunterschieden. In einem feuchten Jahr wirken die konventionellen Maßnahmen, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel eher als in einem trockenen Jahr. Da ist es fast egal. Man weiß ja nicht, wenn man Dünger streut, wie viel es dann noch regnet. Also da sind sehr viele umgestiegen. Seitdem nicht mehr. Auch natürlich, weil die GAP-Periode, die Periode der gemeinsamen Agrarpolitik letztes Jahr oder heuer ausgelaufen ist. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase und jetzt beginnt dann die neue Periode der gemeinsamen Agrarpolitik. Werden sicher wieder welche umsteigen, ist richtig. Und dann vielleicht noch was zum Umsteigen. Generell ist es so, dass wir erleben innerhalb der letzten Jahre, dass die Landwirte immer stärker auf Märkte reagieren, immer stärker in Richtung Nischen gehen. Wir haben da vorher schon eingangs über Wasabi gesprochen. Es gibt auch Kichererbsen in Österreich. Das haben wir auf der Boko noch gelernt. Das ist absolut nur im Orient vorhanden. Das haben wir jetzt schon. Und die Fläche steigt auch. Oder auch die Fläche von Hanf als Speise, als Öl oder für CPT. Also diverse Kulturen, Nischen steigen und die Landwirte reagieren sehr schnell, weil sie das müssen. Sonst könnten sie nicht überleben. Jetzt sind wir eigentlich schon fast alles durch. Wir haben Getreide gehabt, wir haben Diesel gehabt, wir haben das Erdöl auch angesprochen. Also die ganze Palette ist mir für mich noch die letzte Karte ins Spiel. Inflation. Inflation, ja. Bio und Inflation. Bio und Inflation, ja. Also der Bio-Preis ist nicht so stark gestiegen wie der konventionelle. Bio-Getreide-Preis, er ist schon noch darüber. Da gibt es auch verschiedene Entwicklungen. Also wir haben zum Beispiel Bio-Dinkel als das Urgetreide gehabt, welches die letzten Jahre sehr gefragt war in der Ernährung. Die Vermahlung hat zugenommen. Das sehen wir auch in unseren Statistiken. Jetzt ist es halt so, dass schon aus der alten Ernte doch sehr viel auf Lager liegt. Für heuer wurde noch einmal die Fläche ausgedehnt. Also da traue ich mir schon zu sagen, dass heuer der Bio-Dinkel-Preis zurückgehen wird. Aber ist das nicht positiv? Weil durch die Inflation würden Konsumenten tendenziell zu eventuell günstigeren, konventionellen Lebensmitteln greifen, sinkt aber der Preis für Bio-Produkte. Im Verhältnis wäre es doch denkbar, dass auch der Konsum von Bio-Produkten konstant bleibt oder vielleicht sogar steigt. Insbesondere auch unter Betracht der Düngerpreise. Wäre denkbar, ja. Bei Düngerpreis ist sonst eine andere Wirkung sehr stark ersichtlich. Die Sollabahne ist sehr stark ausgedehnt worden. Einerseits haben wir da Trends Richtung vegan oder weniger Fleisch. Da ist Österreich sehr stark. Wir sind eigentlich das EU-Land mit dem höchsten Anteil an Soja in der Lebensmittelverarbeitung. Also Ernte versus Verbrauch geht vorwiegend oder zur Hälfte ins Lebensmittel. In anderen Ländern ist es weniger. Das geht vorwiegend ins Futtermittel. Und die Sollabahne braucht keinen Schickstoffdünger. Sie ist eine Leguminose. Vielleicht erkläre ich das kurz. Also sie hat Knöllchen, Bakterien auf der Wurzel, wie alle Leguminosen oder Hülsenfrüchte, welche dann in der Luft vorhandenen Stickstoff, die Luft besteht zu 78% aus Stickstoff, in Pflanzen verfügbaren Stickstoff NO3 oder NH4, Ammonium oder Nitrat umwandelt. Das können die anderen Pflanzen nicht. Getreide kann das nicht. Dafür braucht es Düngung. Die Leguminose und insbesondere das Soja kann das. Und wurde heuer stark ausgedehnt daher. Eine Frage dazu, weil Sie zu Beginn gesagt haben, Sie beobachten Preisentwicklungen, andere Entwicklungen. Dann gibt es eben die Form auf EU-Bände von Intervention. Und jetzt erzählen Sie, was wir ja beobachten oder in unserer letzten Staffel auch stark porträtiert haben, so die junge, neue, künftige Landwirtschaft in Österreich. Also neben den traditionellen Bereichen, Lebensmittel, Milch, Fleisch etc. gibt es ja sehr viele Anbauformen und auch Lebensmittel, die erzeugt werden, die haben noch nicht wirklich ein Ritual oder eine Tradition in Österreich. Wird noch mehr werden, bedingt durch Marktentwicklungen, bedingt durch Innovation und durch Klimawandel und Veränderung. Beraten Sie auch, als Behörde wahrscheinlich nicht vermute ich, aber beraten Sie auch, wohin geht man als Landwirt am besten in Zukunft, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder macht das jemand anderer? Beraten prinzipiell eher Landwirtschaftskammer, auch private Dienste oder Bio, Bio-Austria. Was wir schon natürlich machen, die Marktinformation soll über alle Bereiche, aber auch wenn wir jetzt beim Ackerbau bleiben, zeigen, wie viel das kostet, also wie viel der Landwirt dafür erhält, auch wie viel kostet der Dünger für den Landwirt, auch das erheben wir. Auch wie viel Fläche ist da, je Kultur, wie kann man das mit der Bilanz einschätzen, mit dem Verbrauch. Wie viel erntet man, auch das erheben wir, zumindest für die wichtigsten Güter. Also das wäre eine indirekte Beratung. Unsere Leser sind sehr stark Landwirte. Natürlich ist es auch für den Handel gedacht. Also wir versuchen da als Behörde dem gesamten Sektor quasi zu dienen. Ja, und die Landwirte ziehen daraus ihre Schlüsse, wohin sie gehen mit dem Anbau. Aber primär Beratung würde ich jetzt eher bei den Kammern sehen. Aber sie stellen quasi die Grundlagen zur Verfügung oder zusammen, auf deren Basis man dann eigentlich Entscheidungen treffen kann. Für marktwirtschaftliche Entscheidungen. Genau. Der Bauer entscheidet selber, was er anbaut, ob er bio, konventionell oder wie er weitermacht. Genau, so ist es. Klima haben wir übrigens auch vergessen. Klima. Ja, weil es mir gerade einfällt, wir sind alle Themen eigentlich durchgegangen. Es wird nächste Woche extrem heiß. Sieht man eigentlich da schon einen Einfluss auf die österreichische Landwirtschaft? Ja, definitiv. Also wir haben da sehr interessante Entwicklungen. Es gibt einmal Sommergetreide und Wintergetreide. Sommergetreide wird im Frühjahr ausgesät. Das ist fast verschwunden in Österreich. Das war einmal ganz wichtig, vor allem bei der Braugerste. Braugerste war früher nur Sommerbraugerste. Ist fast schon verschwunden, kann man sagen. Wir gehen vorwiegend jetzt ins Wintergetreide. Das wird im Herbst ausgesehen, Oktober. Bleibt dann als kleine 5 cm große Pflanze über dem Winter am Boden. Überwintert hat eine hohe Frosttoleranz und wächst dann im Frühjahr mit einem großen Vegetationsvorsprung. Also das nützt die Winterfeuchte und auch die Feuchte im Herbst mit aus. Dann, hier ist insbesondere die Wintergerste sehr interessant, weil die als erster Reif wird. Also die hat im Vergleich zum Winterweizen da wirklich einen Klimavorteil. Kann man wirklich als Gewinner des Klimawandels sehen. Dann die zweite Kulturpflanze ist der Mais, der Körnermais. Er ist eine C4-Pflanze. Die meisten Pflanzen sind C3-Pflanzen. Das heißt, sie haben einen Photosyntheseweg mit einem C3-Vorkommen. Die C4-Pflanze hat einen wassersparrenderen Photosyntheseweg. Was ist das für ein Einteilungssystem? Das müssen Sie uns erklären, weil ich verstehe es nicht und unsere Hörer vermute ich auch nicht. Der Mais hat einen besseren Photosyntheseweg. Das nennt man C4-Pflanze. Das heißt, er verbraucht weniger Wasser. Er verbraucht weniger Wasser. Er verbraucht fast um die Hälfte oder ein Drittel weniger Wasser, um ein Kilo Trockenmasse zu erzeugen als zum Beispiel der Weizen, als klassische Kulturpflanze. Also das ist sehr effizient. Andere C4-Pflanzen sind bei uns noch nicht so weit verbreitet. Amaranth, Zuckerrohr gibt es gar nicht. Hanf wäre auch eine C4-Pflanze. Aber es gibt schon erste Tendenzen, muss man sagen. Also Amaranth schon. Amaranth im kleinen Umfang. Hanf auch. Hanf auch, ja genau. Wo von den Flächen mehr werden, oder? Richtig, ja, absolut. Also Hanf auch nachfrageseitig, CBD, mehr geworden. Gibt es etwas, was verschwinden wird, weil es nicht mehr anbaufähig ist? Die Sommergerste schaut so aus, dass sie stark zurückgeht. Also die ist um drei Viertel gesunken in den letzten zehn Jahren. Dann, der Raps ist auch am sinkenden Ast sozusagen, hat auch Probleme mit dem Klimawandel. Ist zwar eine Winterung, also wird im Ende August schon ausgesät, hat eine sehr lange Vegetationszeit, kommt aber direkt das Pflanzen mit der Trockenheit nicht gut zurecht. Auch oft zu dieser Phase. Und indirekt ist die Trockenheit dann auch noch förderlich für die ganzen Schädlinge, die ganzen Insekten, die den Raps befallen. Er ist ja botanisch mit dem Kohl eng verwandt. Und man kann sich vorstellen, dass die Insekten lieber fressen als Weizenpflanzen. Also der ist stark befallen durch den Klimawandel. Was gibt es noch? Aber es gibt ja vielleicht auch den Nutzen für Nützlinge, oder? Wenn wir von Schädlingen sprechen. Wenn Sie Insekten insgesamt sagen, gibt es irgendwen, der auch davon profitiert wahrscheinlich, oder? Natürlich, ja. Aber insgesamt sind Raps Sommergäste sicher als sinkende Kulturen zu sehen. Ursula, was ist dein Eindruck? Auch hier, wie bei unserem Gespräch mit dem Herrn Kutscherer, ein, wenn man das sagen darf, gutes Gefühl im Sinn von, es gibt Lebensmittel, die zentralen Lebensmittel in ausreichenden Mengen aus heutiger Sicht. Wenn man jetzt den gesamten EU-Raum hernimmt. Es sieht auch nicht so aus, wenn ich es richtig verstehe, dass es in den nächsten Monaten sich stark ändern wird. Für mich offen bleibt, aber ich glaube, das kann man auch nicht hundertprozentig prognostizieren. Und ich bin sicher, dass wir entwickeln sich Preise, weil wir sind schon jetzt auch, also es gibt offensichtlich zwei Ebenen. Das eine ist die tatsächliche Versorgungssicherheit und Mengen und Verfügbarkeit. Die Weltmarktlage. Und das zweite ist die Weltmarktlage und Preisgestaltung. Und wir sehen ja jetzt, wenn man schaut, dass es für viele jetzt schon sehr teuer ist oder fast unmöglich, bestimmte Grundnahrungsmittel in ausreichenden Mengen zu kaufen, auch in Österreich. Jetzt manifestiert sich bei mir irgendwie die Meinung, dass ein Nationalstaat, noch dazu ein so kleiner Staat wie Österreich, mit Preißlenkungsmaßnahmen, wie sie, ich sage mal, populistisch gefordert werden, nicht sehr weit kommen wird. Ich bin kein Volkswirt, aber meine, auf das reagierend, meine persönliche Konklusio wäre, es macht wahrscheinlich Sinn, zielgerichtet, die zu unterstützen, für die es tatsächlich schon zu teuer ist, Lebensmittel zu kaufen, als irgendwie übergreifend irgendwas zu tun. Ich bin keine Volkswirtin, also das ist jetzt rein zu tun, was ich höre und mein Schluss daraus. Aber grundsätzlich zu unserem Ursprungsthema zurückkehrend, Lebensmittel gibt es genug für uns in den nächsten Monaten. Genau, so ist es. Sie haben das ja sehr gut zusammengefasst. Die Mengen sind da in Österreich und im EU-Binnenmarkt. Der Weltmarkt ist natürlich anders. Hier gibt es Nervosität, aber das ändert sich auch oft sehr schnell. Das muss man auch dazu sagen. Letzten Monats gab es zum Beispiel eine Abwärtskorrektur durch gute EOS-Ernteergebnisse, durch die Gespräche zum Exportkorrektur, der heute schon sehr realistisch erscheint. Jedenfalls entkoppeln können wir uns nicht vom Weltmarkt. Genau so ist es. Wir sind eng am Weltmarkt gebunden. Dann bedanken wir uns für das sehr interessante Gespräch. Ich habe es auch toll gefunden, dass wir ein bisschen Einblick gekriegt haben, was eigentlich die AMA macht. Vielen lieben Dank. Ja, danke für Ihr Interesse. Das war auch nicht unser letztes Gespräch zu diesem Thema. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Im August werden wir in der Sommerpause sein und im September geht es weiter. Dann schauen wir uns noch einmal aktuell an, wie es um die Lebensmittelversorgungssicherheit beschaffen ist in Österreich. So ist es. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke für Ihr Interesse. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.